Da sind wir wieder zurück bei Life is Strange und Warren hat uns verteidigt wie ein echter Kerl und da gehen wir jetzt einfach mal raus aus den Jungsräumen, denn wir sind ihm ja eine Erklärung schuldig, oder? Und mein Sprachzentrum ist wieder gestört, das ist so als hätte Warren mich verprügelt, so bin ich gerade irgendwie im Kopf. Das T-Shirt finde ich super cool. Ja, mein Begleiter. Ja, mein Begleiter. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich wollte schon gerade sagen, Warren kommt ihr irgendwie nicht so enthusiastisch vor. Aber gut. Jetzt machen wir ein Date mit Frank. Wird er dir überhaupt antworten? Frank wird immer antworten, wenn er Geld will. Wie gesagt, Frank will mich jetzt sehen. Lass uns ihn nicht warten. Let's go ape. Or something like that. In particular. English talking. Because I'm very smart. And intelligent. Intelli... smart. Genau das bin ich. Und da sehen wir schon den Wohnwagen von Frank. Da können wir jetzt loslegen. Ah, jetzt geht das wieder. Los. Oh. Frank wird besser scare. Er ist ein Pussy. Außerdem, wenn ich ihn rauskomme, kannst du einfach... Rewind. Chloe. Nicht auf meine Rewind. Seriously. Nach Kate, ich fühle mich... Every time I do, es wird die letzte. Es gibt keine Chance, dass wir das passiert. Ich freue mich auf den Tag, wenn wir einfach gehen. Auf geht's. Frank. Jetzt wird abgerechnet. Erzähl uns sofort, wo Rachel ist, auch wenn du es bestimmt selbst nicht weißt. Aber Hinweise wirst du haben. Und hoffentlich ist sein Hund da. Denn... Der Hund ist niedlich. Im Gegensatz zu Frank. Warte auf mich! Okay, dann mach ich halt ein paar Fotos. Von... Toten Walen. Oder von nem Flyer. Es gibt keine Panestates am Tag. Okay. Ja. Panestates. Keine Ahnung, was das heißt. Mein Englisch ist nicht das Beste. Der Leuchtturm. Hallo. So sehen wir uns wieder. Und Chloe ist schon reingegangen? Oder... Ein Wal. Zwei Wale. Zwei Wale. Drei Wale. Vier Wale. Fünf Wale. Und da hinten war, glaube ich, noch ein Sechster. Zwischen den anderen. Wie viele Wale siehst du? Diesen Wal will ich angucken. Denn es gibt ein Foto. Jetzt muss ich mir einen bestimmten Wal aussuchen für ein Foto. Das ist doch wunderschön. So. Und da ist noch ein Wal. Und da ist noch ein... Ach, den kann ich nicht angucken. Die Optik-Power. Ja. Wir werden jetzt sowieso nicht schwimmen gehen. In dieser Area. Flaschen. Müll! Das ist ja nett. Ich hab hier auch noch meinen Müllbeutel rumliegen. Ich sollte den auch mal rausbringen. Oh, Hundefutter. Oh, frische Fleisch. So, Pompidou muss okay sein. Wie kann man seinen Hund Pompidou nennen? Das ist doch Tierquälerei. In einem gewissen Sinne. Wunderschön. Den Stuhl können wir nicht angucken. Also, Chloe. Chloe looks ready to rumble. Genau. Dann geht's los. Yeah. Öffne dich. Sie haben's nicht. Sie haben's nicht. Chloe. Now, why are you losers really here? We just wanna ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Aber wir haben Fragen. Wir sind neugierig. Jesus, okay. Okay. Ein trauriger Dackelblick und er gibt nach? Frank. We're not here to get high. Ach, Gott. No. You don't look like the type. Not like Chloe. You don't look like the type. So, what do you hearty boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Haben wir schon. Äh, äh, äh. Entschuldigung. Haben wir schon. You already did. Oh, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You better god damn not be snooping around here. No, no, I'm not. Hey. Oh, fuck. I hate you, Blackwell Shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell Shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Geht's weg? Meine Güte. Was? Pompidou! Alter, warum kämpfen alle? Wir können doch einfach drüber reden. Das muss ich so weit zurück nicht drehen. So. Komm. Neustart. Können wir die... die... Schüssel irgendwo... Oder können... Können wir den Müll in den Weg räumen, damit der Hund stolpert? Nein. Nein. Oder wir werden einfach mit Chloe reden. Ähm. Watch your mouth. Pass auf deinen Mund auf. Haus. You have no social skills here and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine. I'll try being like you for a change. Hurra! Ja. Jetzt können wir der Arsch sein. So, kommt jetzt dasselbe? Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Ja, anscheinend. I... I don't have the money. Yet. Oh really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. Sieht alles immer noch so aus wie vorher. So. Ähm. Schließ die Tür. Komm, wir schließen einfach die Tür. Mit Worten kommen wir eh nicht weiter. Frank. Your dog is kind of scary. Could you please close the RV before? You aim your gun at me, but you're scared of my dog. Das ist... Das ist... Warum... Ich dachte, sie hält die Tür zu, während... Während die beiden kämpfen. Und er macht auch noch die Tür zu. Es... Schlechtester Drogendealer aller Zeiten. Oh, ist das alles? Oh! So. Ich sag einfach nochmal dasselbe. Tut mir leid. Ich bleib dabei. Ich kann mich weiterhin wie den Arsch benehmen. Diese Gestik ist ja super. Watch your mouth! Let's just talk. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Ha! Der ist auf dem Arsch gelandet. Okay, das ist natürlich scheiße. Da müssen wir zurück... Chloe! You shot him! Ja! Ach! Nee! You're both fucking crazy! What do you want? We... We just want the code for your account book. Now! You're fine! Whatever! Just put the goddamn gun down! You shot me, alright? There! Now leave me alone, alright? Just... Just get out of my life! So... Do you want us to call an ambulance or...? Nee! Gib mir einfach das Ding und ich... Ich dreh die Zeit zurück! Oh, right! Gib mir einfach... Was ist das? Gib mir einfach den Zettel und ich dreh die Zeit zurück! Dann haben wir alles und wir müssen nicht mal mit ihm reden! Gib mir den Zettel! Scheiße! Das könnte viel besser werden, aber... Frank könnte jetzt mehr gefährlich sein, Chloe. Gib mir einfach den Zettel! Ja, Maxi! Du kannst alles ändern, wenn du willst! Da muss nur einmal der Dackelblick kommen! Und schon gibt er alles preis! So! Jetzt aber... Jetzt richtig! Komm! Ja! Watch your mouth! Be careful! Ja, machen wir mal be careful! Be careful, okay? Don't give Frank any excuses to go ballistic! We need his help, Chloe! You know, I'm not a total fuck up! Occasionally I can be both cool and careful! Ja, ja! Sicher! So! Ähm... Bitte! Keine Waffen! Frank... After our last meeting... I don't want any weapons involved! Could you... Put your knife or... Whatever... In the RV until we're done talking? After you pulled a fucking gun on me... You want to negotiate my safety? I didn't trust you before... And now I do less! God, I hate you Blackwell-Shits! You act like you own this town! Like I'm your puppet! Nobody owns me! You understand that? Calm down, Frank! Let's just talk! Never tell me what to do! Jetzt kommt der Hund! Genau! Also gibt es eine Möglichkeit... Wie wir... Hm... Wie wir den Hund... Ach fuck! Das wollte ich nicht! Geh weg! Ich will... So, zurückdrehen! Also es muss eine Möglichkeit geben... Wie wir... Die Tür geschlossen halten... Aber auch... Äh... Nicht kämpfen! Okay! Okay! Bitte nicht... Kämpfen! Wir wollen reden! Ja! Ist gut! Ja! Ist doppel gut! Sei vorsichtig! Pass auf deinen Mund auf! Und deshalb sagen wir hier... Bitte nicht kämpfen! Thanks for hearing me out, Frank! Look... We only want to talk and... It's not even about you! We're not here to start a fight! Nah, that shit would be over pretty fast! Don't fuck with me and I won't return the favor! So what do you want? Just the names of... Some of your clients! Oh, is that all? Oh, well... Why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Ja... Es... Es... Du verstehst nicht! Genau! Ihm immer vorwerfen... Er würde das nicht verstehen, was wir verstehen! Wir entschuldigen uns! Komm! Listen, Frank! I'm sorry to be such a nuisance, but... This is important! Yeah, yeah, everything's important these days! But I can tell you not bullshit me! Sehr gut! I have no time for that, Frank! Ne! Sehr scheiße! Yeah, yeah... Well, it always starts with me... The Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank! This isn't about me now! Yeah, right! Okay! Both of you are giving me a headache! No deal! Frank! We didn't come here to fight! This is so much bigger than us! Oh yeah, you didn't come here to fight! A day after, you pulled a fucking gun on me! I... I am so sorry about that! It might be the dumbest thing I've ever done! And I've done a lot of dumb things this week! Finally, I believe you! Yeah! But don't ever aim a gun at anybody, unless you were going to kill! Max! Unterwürfigkeits-Skills Nummer 1! I... I try not to! And I never would've pulled the trigger! I was just... Dude, she was scared, alright! You pulled your blade on me! We were all freaked out! Now we're all cool! Please! Okay! We're cool for now! But my dog isn't! And if you try any shit, he will bite your head off! He's done it before! We're only here to talk! I wouldn't mess with your dog! Shit! You wouldn't have time! You like dogs? Dog rescue! Gave dog a bone! Trained to kill! Pompidou! Is cute! Komm, wir... Wir sagen, dass wir den Hund gerettet haben! Of course I do! Ne, er hat ihn gerettet! A bunch of fight dogs! That's amazing! Es ist glaube ich nicht! Alright, it was just the right thing to do! I couldn't stand to see those poor animals treated like... ...like slaves! Es ist glaube ich keine gute Idee, äh... ...kein großes Stück zu sagen... ...dass man ihn gerettet hat, weil man den Knochen nicht auf die Fahrbahn geworfen hat! Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Natürlich! We're so close to finding her now, Frank! We need all the help we can get now! Especially from you! You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her! You're in way over your heads! Why don't you just go play in your clubhouse? ...dann reden wir mal über das Armband, würde ich sagen! Entweder das Armband oder den Brief! Oder die Fotos! You have Rachel's bracelet! You obviously know more than you're telling! So tell us! Never come into my home and tell me what to do! Understand? Man, there is something about you that is so wrong! I don't trust you at all! Now get out of my face! We don't have much time, Frank! Rachel needs you! It's too late! She's gone! You don't even know her! Like you did? I loved her asshole! And she loved me! I know that! Chloe, you don't know shit! You were part of her problem! Always trying to take her away from me! Always! Calm down, please! Let's talk! Never tell me what to do! Listen, Chloe! Maximum! Please! You... Yeah! Soooo! Te-de-de-de-de-de-de-de-de-de! Äh! Lass uns nicht kämpfen! Te-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-da-ba-da-da-la-da-la-la weatava-da-ba! hat er da da die erbaut war 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 da war die an der war da alle alles klar dieser hund leute um mich ich will endlich als wichtige stelle vom bühw er hat dort auf dem das ist glaube ich richtig Das machen wir wieder. So, Max, jetzt reiß dich mal zusammen und sei mal ein bisschen zuvorkommend. Na also! Natürlich! Ach, shit! Wir haben nicht viel Zeit, Frank. Deshalb machen wir es, wie wir es vorhin schon hatten. Wir sagen ihm einfach, er soll... Ja, sie soll den Mund halten. Und er soll die Türe zumachen. Close the door, bitte. Schwab, sehr gut, sehr gut. Ähm... Es tut mir leid. Ähm... Ja. 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 Ja, 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 ja. So. Ich... ... Ich... ... So. Ja, äh, Dog Rescue. Natürlich. Ja. So, Rachels Letter ist natürlich auch doof. Und wir wissen, dass du Rachel kennst. Denn eben so. Richtig. Sehr gut. Na also. Ah. Ja, bitte, Frank. Bitte. Hör auf sie. Vertraue deinem Herzen. Lass den Hund frei. Sehr gut. Er ist auch weggesperrt. Ha. Sehr gut. Und du bist noch nicht mal angeschlossen. Und er vertraut in uns. Und, ach du Scheiße. Wir kriegen die Waffe zurück. Na, ob das jetzt so gut ist. Danke. Ja, danke, Frank. Gerne. Es ist schwer, dich Charakteren ernst zu nehmen. Aber ich will. Gut Glück. so blöd war. Deshalb sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Life is Strange. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020